Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Hier sprechen wir börsentäglich über wichtige Nachrichten und was das für die Finanzwelt bedeutet. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute zeigen wir, wie die Star-Investoren Warren Buffett und Michael Burry ihre Depots umgebaut haben und wir sprechen über Mobile Money in Afrika. Heute ist Donnerstag, der 15. August und ich bin Solvay Gude. Wenn Star-Investoren wie Warren Buffett ihr Aktienportfolio umschichten, dann werden viele Anleger sofort aufmerksam. Diesen Blick in sein Depot, den gibt Buffett aber natürlich nicht einfach so frei. Viermal im Jahr, also immer zum Ende des Quartals, müssen Investmentgesellschaften ihre Daten über Zukäufe und Verkäufe der US-Börsenaufsicht SEC melden. Das gibt der Öffentlichkeit und uns Journalisten die Gelegenheit, einen seltenen Einblick in diese Investitionsentscheidungen zu bekommen. Ja und gestern nach deutscher Zeit, da war es mal wieder soweit. Die Berichte über diese Depots wurden veröffentlicht und unser Co-Teamleiter für Finanzen und Märkte, Andreas Neuhaus, der hat sich die neuesten Investitionen von Warren Buffett und von dem Star-Investor Michael Burry, den kennen Sie vielleicht aus dem Film The Big Short, angeschaut und analysiert. Das ist dieses Mal übrigens besonders spannend, weil Burry sein Portfolio ein weiteres Mal komplett umgebaut hat und auch bei Buffett hat sich mehr verändert, als vorher erwartet wurde. Und im hinteren Teil des Podcasts machen wir dann einen kleinen Ausflug nach Afrika, genauer gesagt nach Kenia und beleuchten dort die Fintech-Szene, die dort boomt. Meine Kollegin Katrin Witscher bringt gerade mehrere Monate dort vor Ort und die erklärt uns, wie dort fast alle Zahlungen, egal ob Einkauf oder Kredit, mit dem Smartphone abgewickelt werden können. Ohne Bankkonto. Und jetzt starten wir wie immer mit dem Marktbericht und einem Blick auf die Börsen. Dafür schalte ich nach Frankfurt zu unserer Finanzkorrespondentin Judith Henke. Hallo Judith. Hallo Solberg. Ja, der DAX hat sich ja heute Nachmittag nochmal ordentlich nach oben bewegt. Was ist denn da los? Warum ist das so? Ja, der liegt zumindest das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, ungefähr 1,4 Prozent im Plus. Und der Grund sind nochmal gute US-Konjunktur-Vorgaben. Zum einen wurde eigentlich erwartet, dass die US-Einzelhandelsumsätze nur um 0,3 Prozent steigen. Aber es waren dann tatsächlich plus 1 Prozent, also deutlich mehr als erwartet. Und auch die Quartalsergebnisse von Walmart haben die Erwartungen übertroffen. Und naja, Einzelhandel und Walmart, also Orte, an denen Menschen Geld ausgeben, was sie ja auch nur machen können, wenn sie Geld haben in der Regel, heißt, viele machen sich Hoffnung anhand dieser Daten, dass vielleicht doch keine Rezession eintritt, die ja letzte Woche noch für einen Ausverkauf an den Märkten gesorgt hat. Hinzu kommt, dass auch noch die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken sind. Auch ein eher positives Zeichen. Und das quittierten heute auch die US-Märkte. Der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq 100 öffneten heute alle über 1 Prozent im Plus. Ach, das ist ja auch mal ganz nett, mal wieder ein paar positive Nachrichten zu hören, nachdem wir ja letzte Woche eben, wie gesagt, schon über Rezessionsängste gesprochen haben. Aber schauen wir uns doch jetzt mal die Rohstoffpreise an. Der Kupferpreis, der schwächelt ja auch gerade. Woran liegt das? An der schwachen Konjunktur? Ja, man muss dazu sagen, Kupfer ist sehr, sehr leitfähig und wird deshalb in vielen Branchen benutzt. Also natürlich in der Elektronikindustrie, in der Baubranche, in Autos wird Kupfer verbaut. Und deshalb ist im Prinzip der Rohstoffpreis beziehungsweise die Nachfrage nach Kupfer so eine Art Konjunkturindikator. Deshalb nennt man Kupfer auch gerne im Börsen-Jagor Dr. Copper. Bisschen alberner Name, ich weiß. Jedenfalls, ja, es gibt immer diesen direkten Zusammenhang, vor allem mit der Konjunktur in China. China ist der größte Kupfer-Nachfrager weltweit. Und wenn da natürlich die Wirtschaft kriselt, dann ist auch der Kupferpreis eher schwach. Aber es gibt mehrere Aspekte, die ich hier trotzdem spannend finde und die vielleicht auch zeigen, dass das jetzt sogar vielleicht ein guter Punkt wäre, die günstigen Preise für sich als Anleger zu nutzen. Also zum einen diese langfristige Geschichte, dass Kupfer eben auch das Industriemetall ist, was am meisten gebraucht werden wird für die Energiewende und vor allem für die Elektrifizierung, also für den Netzausbau. Auch E-Autos brauchen nochmal deutlich mehr Kupfer als Verbrenner. Und wenn eben wirklich alle Staaten den Klimawandel beziehungsweise den Klimaschutz ernst nehmen, dann dürfte hier nochmal ein krasser Nachfragezuwachs einfach kommen. Und das Zweite ist, dass es eben auch bei den Minen Probleme gibt und das ist auch so der aktuelle Aufhänger. Es gibt in Chiles größter Kupfermine derzeit einen riesigen Streik. Man muss wissen, Bergbau ist kein spaßiger Job. Das heißt, die wollen natürlich, die kriegen ja auch mit, dass die Preise steigen, dass vielleicht irgendwann die Nachfrage steigen wird, dass es Fachkräftemangel gibt und wollen dann natürlich höhere Boni. Und ja, das ist gerade so ein bisschen das Verhandlungsproblem zwischen beiden Parteien. Und solche Streiks sind gar nicht so selten und legen immer mal wieder die Produktion in größeren und wichtigen Kupferminen lahm für eine längere Zeitperiode. Ja, und das ist eben auch aus meiner Sicht eher ein preispositives Signal. Denn natürlich, wenn eine sehr große Kupfermine längere Zeit nicht richtig produzieren kann, dann verknappt sich das Angebot. Und damit dann eben weiterhin die Nachfrage bedient werden kann, steigen die Preise, damit eben wieder Anreize bestehen, mehr zu produzieren und so weiter. Ja, sprich, auch hier, wenn jetzt der Streik länger andauert, könnte es durchaus passieren, dass sich die Preise doch wieder leicht nach oben bewegen könnten. Verstehe. Gestern kamen ja aber auch zum Beispiel Inflationsdaten aus den USA. Die sind da auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Da haben wir gestern im Podcast schon gesprochen, auch über die Auswirkungen darüber für die Zinspolitik der FED. Lass uns aber doch heute noch mal schauen, wie sich jetzt der Goldpreis entwickelt und wie der darauf reagiert. Ja, der Goldpreis hat sich gar nicht so bewegt, wie man vielleicht dachte. Also ich hatte auch gestern die ganze Zeit geschaut. Gibt es vielleicht wieder ein Allzeithoch? Ist ja nicht gerade selten zur Zeit, aber nein. Obwohl natürlich nach den jüngsten Inflationszahlen die Märkte weiterhin erwarten, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken wird. Und natürlich niedrigere Zinsen wirken sich in der Regel positiv auf den Goldpreis aus. Gold selbst wirft ja keine laufenden Erträge ab. Das heißt, wenn wir jetzt natürlich ein Umfeld haben mit hohen Zinsen und man ist ein Anleger und sucht nach recht sicheren Anlagemöglichkeiten, dann sieht man, okay, vielleicht Tagesgeld, Festgeld, Anleihen, die bringen mir jetzt alle hohe Zinsen. Dann gehe ich da vielleicht lieber rein als in Gold. Da kriege ich ja keine laufenden Erträge. Und ja, diese Opportunitätskosten sinken dann natürlich, wenn auch die Zinsen sinken. Und dadurch wird Gold im Vergleich wieder attraktiver. Ja, ich glaube trotzdem, dass das nächste Allzeithoch nicht so weit entfernt sein wird. Das wird bestimmt noch kommen. Wir haben eben mehrere Faktoren. Einerseits die geopolitischen Unsicherheiten. Gold ist ja auch immer eine Krisenwährung, in die sich Anleger hineinstürzen, sobald es unsicher wird an den Märkten. Weiterhin sind ja die Rezessionsrisiken nicht gebannt. Und man muss natürlich auch sagen, auch wenn in der kurzen Frist eine steigende Inflationsrate gar nicht so gut für Gold wäre, weil das eben auch bedeuten würde, dass die Zinsen später gesenkt werden würden, ist es natürlich so, dass in der langen Frist natürlich auch ein inflationäres Umfeld wiederum Investitionen in Gold begünstigt, weil sich ja viele Leute dann quasi in ihrem Vertrauen in die jeweilige Währung erschüttert fühlen und sich dann quasi mit Gold auch gegen ja eine sehr, sehr starke Inflation absichern wollen. Und auch hier, ich weiß nicht, ob die Inflationsrisiken jetzt nur weil wir jetzt ja positive Überraschungen am Markt hatten, wirklich langfristig gebannt sind. Da gibt es ja noch Zweitrundeneffekte und ja, natürlich auch externe Effekte. Also wenn jetzt plötzlich die Energiepreise steigen wegen den geopolitischen Risiken, dann hat man ja auch wieder höhere Kosten und genau. Ja, wer natürlich auch auf Gold gesetzt hat und jetzt aber tatsächlich verkauft hat auch, ist Michael Burry, der Star-Investor aus The Big Short. Aber was der sonst auch noch dazu und verkauft hat, das erzählen wir gleich in der nächsten Schalte mit Andreas Neuhaus. Danke dir, Judith. Gerne. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageempfehlung. Die Inhalte dienen lediglich Ihrer Information. Für mögliche Verluste übernehmen wir keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie meistern eigentlich andere Unternehmen die Herausforderungen der digitalen und nachhaltigen Transformation? Wer könnte das besser wissen als UnternehmerInnen selbst? In Erfolgsbilanz, dem Sparkassen-Podcast, plaudern UnternehmenslenkerInnen aus dem Nähkästchen und gewähren exklusive Blicke hinter die Kulissen. Wie konnten Ihre Firmen zu den führenden Unternehmen in diesem Land werden? All das gibt es in Erfolgsbilanz, dem Sparkassen-Podcast für Unternehmen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Erinnern Sie sich noch an den Film The Big Short? Da spielt doch Christian Bale diesen super schlauen Investor, der bereits 2007 die Finanzkrise vorhergesehen und erfolgreich gegen den heißgelaufenen Häusermarkt in den USA gewettet hat. Naja, diese Rolle basiert auf einer echten Person und zwar der Wall-Street-Legende Michael Burry. Wir haben in diesem Podcast ja schon öfter mal von ihm berichtet. Seitdem wird eng verfolgt, welche Aktien der Investor kauft und verkauft, weil diese Entscheidungen eben Rückschlüsse auf seine Marktmeinung zulassen. Viermal im Jahr müssen jetzt Star-Investoren wie Burry jeweils zum Quartalsende ihre Portfolios der US-Börsenaufsicht SEC melden. Ich habe gerade schon im Marktbericht etwas gespoilert, aber welche Aktien Michael Burrys Hedgefonds Scion und Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal geh- und verkauft haben, das erzählt uns jetzt mein Kollege Andreas Neuhaus. Der hat nämlich die Gelegenheit genutzt und die Liste dieser Aktien, Käufe und Verkäufe gleich mitten in der Nacht durchforstet. Hallo Andreas. Hallo Solweig. Schön, dass du hier bei mir im Podcast-Studio bist. Ich habe ja ein bisschen Sorge gehabt, dass du vielleicht zu müde bist, nachdem du dir die Nächte um die Ohren geschlagen hast. Ja, wie geht es dir? Bist du arg müde? Also es ist erstmal super lieb, dass du fragst. Also ich bin tatsächlich ein bisschen platt, weil das gestern wirklich ein sehr langer Tag dann war. Aber es hat sich ja gelohnt, denn es gab ja ordentlich Bewegungen in den Depots. Insofern hat es sich gelohnt. Wie gesagt, war dann ein erfolgreicher Abend. Das macht es dann einfacher. Ja, jetzt fangen wir doch vielleicht mal mit Michael Burry an, dem Investor, den wir alle aus The Big Short kennen und seinem Hedgefonds Sion. Spreche ich das richtig aus? Ich glaube schon, ja. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Was hat sich da im Vergleich zum letzten Quartal in seinem Depot verändert? Also Burry, muss man halt sagen, ist immer eine Wundertüte. Der hat meistens ein sehr kleines Depot und zum Ende des ersten Quartals bestand zum Beispiel nur aus 16 Positionen. Und von den 16 hat er jetzt alle bis auf eine angefasst, also 15 angefasst. Elf hat er verkauft, zwei reduziert und zwei erhöht. Und dazu hat er dann auch sechs neue gekauft. Das ist ja echt eine ganz schöne Veränderung. Kannst du nochmal für uns knapp zusammenfassen, welche Positionen er gekauft hat und welche abgestoßen? Also Burry ist halt immer so ein bisschen nischig unterwegs. Das heißt, er handelt häufig mit Aktien, also von denen habe ich zumindest vorher noch nie gehört. Und die haben auch jetzt keine große Marktkapitalisierung. Deswegen belasse ich jetzt mal wirklich bei den groben Veränderungen. Wem das jetzt nicht reicht, der kann ja die Details nochmal im Artikel nachlesen. Ja, den verlinken wir natürlich dann auch in den Shownotes. Also erstmal, der Burry setzt weiter auf China. Sein Depot besteht halt jetzt nur aus zehn Aktien, aber drei davon sind chinesische Unternehmen. Alibaba, Baidu und JD.com. Und bei den Erstgenannten hat er aufgestockt. Dann die größten Zukäufe sind einmal Shift for Payments und Molina Healthcare. Shift for Payments ist ein Zahlungsdienstleister aus den USA. Also der kommt zum Beispiel in Restaurants oder in Sportarenen zum Einsatz. Und Molina Healthcare ist ein Krankenversicherer. Bei beiden läuft es auch geschäftlich wirklich ordentlich, muss man sagen. Deswegen ist das wohl so eine prozyklische Wette. Und auf der Verkaufseite dagegen hat er zum Beispiel seinen Goldfonds verkauft. Alle Energieaktien und auch alle Unternehmen aus dem Seefrachtbereich. Interessant. Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass er sein Aktiendepot so komplett umgebaut hat. Was verrät denn jetzt dieser Kurswechsel über seine Anlagestrategie und wie ist das zu bewerten? Also wie gesagt, der ist wirklich speziell. Wer das Buch von Michael Lewis über ihn gelesen hat oder in den Film, wie du ihn angesprochen hast, The Big Short, geschaut hat, der weiß halt, was ich meine. Der handelt halt zum Teil mit wirklich sehr komplexen Strategien. Und daher ist es gut möglich, dass das, was er macht, so meinen intellektuellen Horizont einfach übersteigt. Ich versuche mich da halt immer ein bisschen reinzudenken, spreche mit Experten. Manchmal ist es halt auch wirklich klar, was er macht, wenn er zum Beispiel mit Put-Optionen auf fallende Kurse beim ganzen US-Markt setzt. Oder vergangenes Quartal, da hat er ganz viel zyklische Unternehmen und Energieunternehmen gekauft. Da lag halt nahe, dass er auf eine wirtschaftliche Erholung setzt. Jetzt hat er genau die wieder verkauft, diese Zykliker und die Energieunternehmen. Das könnte halt ein Zeichen sein, dass er daran zweifelt, dass es wirtschaftlich sehr so stabil bleibt in den USA. Wir haben ja im Podcast schon sehr häufig über Rezessionssorgen jetzt in den USA gesprochen. Könnte wie gesagt ein Thema sein. Allerdings dazu passt dann überhaupt nicht, dass der Shift for Payments investiert hat. Denn die hängen ja total vom privaten Konsum ab. Und der private Konsum, der ist eine ganz, ganz wichtige Stütze der US-Wirtschaft. Insofern ist das ganz schwierig zu sagen diesmal, was der Barry da so im Hinterkopf hat. Das ist bei Warren Buffett ein bisschen einfacher. Ja gut, dass du den ansprichst. Der andere Star-Investor. Und lass uns doch jetzt nochmal auf sein Depot gucken und was sich da, beziehungsweise bei Berkshire Hathaway, seiner Investmentgesellschaft, was sich da verändert hat. Was ist dir da aufgefallen? Also auffällig ist, dass er ungewöhnlich aktiv war und zwar auf der Verkaufsseite. Buffett ist ja jemand, der anders als Barry eine ganz langfristige Strategie verfolgt. Mir hat mal jemand gesagt, dass wenn der irgendwo bei einer Aktie einsteigt, die am liebsten dann auch bis zum Ende halten würde für immer. Deswegen ist es extrem auffällig, dass der jetzt insgesamt bei elf Aktien seine Position verkleinert hat oder die sogar komplett verkauft hat. Und wenn du jetzt auch noch die Käufe dazu nimmst oder also die neuen Käufe oder wo der aufgestockt hat, dann hat er fast die Hälfte seines Depots angefasst im zweiten Quartal. Ungewöhnlich für ihn. Der macht ja eigentlich Buy and Hold. Das heißt einmal kaufen und dann nicht anfassen. Deswegen ist das wirklich, ich fand es sehr bemerkenswert. Was fandest du denn bei diesen Verkäufen am auffälligsten? Also erstmal natürlich, dass er seine Apple-Position halbiert hat. Meine Kollegin Astrid und ich haben da mit mehreren Experten gesprochen. Die interpretieren das so, dass Buffett Apple jetzt als fair bewertet ansieht. Das hört sich erstmal gut an. Es heißt aber eigentlich, dass er nicht mehr so wahnsinnig viel Kurspotenzial sieht. Und wenn man sich die Gewinnentwicklung ansieht von Apple, dann passt das eigentlich auch so. Und da ist in vergangenen Jahren nicht mehr viel passiert. Das könnte natürlich jetzt nochmal einen Schub geben mit diesen, wir haben aber ich meine für den Fall ist Buffett auch immer noch gut aufgestellt, denn der ist ja nicht komplett raus bei Apple. Das macht immer noch 30 Prozent seines Portfolios aus, also sehr große Position. Aber er hat diese Abhängigkeit, die vorher wirklich ganz extrem war, jetzt man zumindest ein bisschen reduziert. Ist das die größte Position bei ihm gerade? Ja, 30 Prozent. Dahinter kommt dann Bank of America mit 14 Prozent. Also wirklich sehr ungewöhnlich. Sonst hast du maximal so 10 Prozent bei Fondsmanager. Dann bei seiner zweitgrößten Position, Bank of America, gerade angesprochen, die hat er auch reduziert. Das ist halt eine Bank, deren Geschäft sehr zinssensibel ist. Und bei sinkenden Zinsen könnten also deren Einnahmen auch sinken. Und dann, was ich noch interessant fand, war, dass der bei Snowflake komplett raus ist. Das war eigentlich so, oder galt als die KI-Wette von Warren Buffett. Aber der Langfrist-Chart, der sieht halt wirklich katastrophal aus, kann man nicht anders sagen. Und da scheint er jetzt die Geduld verloren zu haben. Insgesamt zeigt sich da so, dass der so viel verkauft, meiner Meinung nach, das zeigt schon eine große Skepsis von ihm. Gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung und auch der Entwicklung des Aktienmarktes. Denn der reinvestiert das Geld ja kaum, sondern der hortet Cash. Und das wird er ja nicht machen, wenn er jetzt sagen würde, jetzt ist die Zeit, um Aktien zu kaufen. Okay, das ist ja echt eine spannende Entwicklung. Insbesondere eben vor dem Hintergrund, dass wir ja auch wirklich viel in den letzten Tagen über diese Rezessionsangst in den USA berichtet haben. Und ja eben auch über diese KI-Bubble, die da in den USA jetzt womöglich platzen könnte. Buffett ist ja jetzt aber, anders als Michael Burry, über den wir zuerst gesprochen haben, jetzt nur bei zwei Unternehmen neu eingestiegen. Jetzt hast du ja gesagt, wenig dazugekauft. Welche sind das denn und was können die jetzt über seine Strategie verraten? Was können da vielleicht auch potenzielle Anleger mitnehmen? Ja, ich weiß halt nicht, ob es so viel über seine Strategie sagt, weil der erste Kauf, der ist sehr ungewöhnlich für Buffett. Vielleicht sagt das mehr was über seine Nachfolge aus. Denn kleine Investments, die überlässt er gern seinem Team. Und so ein kleines Investment war jetzt, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Heyco. Das ist ein Luftfahrtunternehmen, das auch in der Verteidigungsbranche aktiv ist. Und geschäftlich läuft es ja wirklich sehr gut. Die Aktie läuft auch sehr gut. Aber die ist dadurch sehr teuer. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 60. Das ist für Buffett wirklich sehr ungewöhnlich. Normalerweise sagt man so unter 15 dann, dann bist du gut dabei. Also gut möglich, dass das nicht von ihm ist. Aber interessant halt, dass Berkshire sagt, okay, so ein hochbewertetes Unternehmen, aber wir gehen da rein. Die sehen also weiteres Potenzial. Und dann der zweite Kauf, das ist Ultra Beauty. Das ist auch relativ klein. Die führen eine Kette von Beauty-Stores und die Aktie ist wirklich nach unten geprügelt worden. Jetzt gibt es aber ein neues Management und es kann sein, dass Berkshire da jetzt auf eine Besserung hofft. Wenn die Wette nicht aufgeht, ist das aber nicht so schlimm für die, denn die Position, die macht nur 0,2 Prozent des Portfolios aus. Okay, das ist ganz klein. Ähnlich doch auch bei Bury, oder? Der hatte doch auch so eine Beauty-Aktie von Olaplex, glaube ich, hinzugekauft und da war auch nochmal ein Wechsel im Management. Genau. Wo man auch vielleicht darauf hofft, dass da nochmal was passiert. Okay, also die Parallelen sind auf jeden Fall da. Abschließend siehst du da irgendwelche Parallelen zwischen Buffetts und Burrys Depot Umbau? Lässt sich da irgendein Trend ablesen? Also ein Trend ist auf jeden Fall insofern da, dass beide ja mehr verkauft haben als gekauft haben. Und wie ich gesagt habe, sie würden es ja anders machen, wenn sie gesagt haben, wow, das sind jetzt Kaufkurse. Was man aber sagen muss, wir reden ja hier über den Stand 30. Juni. Es kann ja sein, Kurse sind ein bisschen nach unten gegangen, dass die jetzt sagen, okay, das reicht uns jetzt schon von der Korrektur. Jetzt sehen wir wieder aktuelle Kaufkurse. Das erfahren wir aber leider erst in drei Monaten. Wir werden es gespannt beobachten und dann sicherlich hier im Podcast besprechen. Ich freue mich, wenn ich dich dann das nächste Mal auch wieder hier habe. Danke dir. Gerne, Solveig. Ja, und wenn Sie jetzt alle Aktien wissen wollen, die Burry und Buffett auch noch gekauft oder verkauft haben, dann empfehle ich Ihnen wirklich die beiden Artikel von Andreas Neuhaus. Die verlinke ich Ihnen hier in den Shownotes. Das passende Handelsblatt-Abo dazu gibt es übrigens im Vorteilsangebot unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Stehen Sie auch vor den wachsenden Herausforderungen der modernen Arbeitswelt? Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Big Data, Fachkräftemangel? Randstadt steht als Partner for Talent an Ihrer Seite. Kompetent, verlässlich und auf Augenhöhe. Randstadt vermittelt Ihnen ExpertInnen, zum Beispiel in IT, Engineering, HR, F&A, Life Science oder Purchasing. Mehr dazu auf Randstadt.de Stellen Sie sich vor, Sie bräuchten keine Bank mehr. Das erledigt alles Ihr Smartphone für Sie. Geld verschicken, Kredite abschließen, den Einkauf bezahlen. In Afrika reicht dafür eine Handynummer. Selbst der Bananenverkäufer an der Ecke nutzt das mobile Zahlsystem vor Ort. In Kenia, Senegal und Ghana machen Innovationen fürs Handy gerade Banken überflüssig. Experten rechnen da sogar mit einem Billionengeschäft und einem riesen Wachstumsmarkt. Dafür schalten wir jetzt sogar direkt nach Nairobi zu meiner Kollegin Katrin Witsch. Die hat dort nämlich die Fintech-Szene erkundet. Hallo Katrin. Ja, du bist jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich, in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia. Und du darfst dort ja bei einem lokalen Medium mal reinschnuppern, sag ich mal, und für uns von dort aus berichten. Erzähl doch mal ganz kurz, wie hast du dich eingelebt und was ist das nochmal für ein Programm, das du da absolvierst? Genau, ich bin hier mit dem Internationalen Journalistenprogramm mit einem Stipendium von der Horst-Köhler-Stiftung für Südafrika, also für südafrikanische Länder, Ostafrika. Und Kenia gehört da eben auch noch dazu. Und da kann man mit einem Recherchestipendium dann zwei Monate hier verbringen. Ich habe noch ein bisschen persönliche Zeit drangehangen, also ich bin fast drei Monate hier und ein Monat ist fast schon rum. Und ich würde sagen, ich habe mich auf jeden Fall gut eingelebt. Ich bin hier in einer Gastredaktion eingedockt, so nennt sich das. Die heißen The Standard, das ist die älteste Zeitung in ganz Kenia. Die haben auch Fernsehen und auch Radio, also ein riesen Medienhaus, deutlich größer als unseres Zuhause, würde ich mal behaupten. Und genau, ich bin auf jeden Fall gut angekommen und sind hier alle sehr gastfreundlich. Sehr schön, das freut mich. Und bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, es soll ja um Mobile Payment gehen, nochmal ganz kurz eine andere Frage angesichts der aktuellen Lage. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat ja gerade wegen einer neuen Variante des MPOX-Virus in Afrika die höchste Alarmstufe ausgerufen. Und diese Viruskrankheit wurde auch in Kenia nachgewiesen. Deswegen würde ich dich jetzt einmal kurz gerne fragen, merkst du davon gerade was in Nairobi? Wie ist da bei euch die Lage? Ja, bei dem neuen Ausbruch will man jetzt auf jeden Fall versuchen, von Corona zu lernen. Das heißt, man hat auf jeden Fall die Gesundheitszentren schon mal eher in Alarmstimmung versetzt, würde ich sagen. Man hat Regionen ausgemacht, die besonders gefährdet sind, weil das Virus ja im Moment von Ruanda, Tansania und anderen Ecken kommt. Das heißt, hier in Kenia wird der nördliche Korridor besonders beobachtet. Es gibt jetzt bis zu drei Testzentren oder Zentren generell im Zentrum, die aufgemacht wurden, um direkt reagieren zu können, falls es mehr Ausbrüche geben sollte. Und natürlich wurden hier die Bürger aufgerufen, wieder wie bei Corona auf die Hygiene zu achten, Hände zu waschen und solche Sachen. Ein Thema, was hier vielleicht ist, was wir in Deutschland nicht so massiv haben, ist die hohe Zahl an Menschen mit HIV. Und für die ist das Ampox-Virus tatsächlich gefährlicher. Also ich glaube, die Leute wissen Bescheid. Man achtet mehr auf seine Hygiene wieder ganz bewusst. Und ansonsten ist das hier aber kein großes Thema im Moment. Okay, das ist ja etwas beruhigend und das werden wir natürlich weiterhin wachsam beobachten. So, jetzt springen wir aber mal zu unserem Thema. In Afrika wird ja zunehmend alles, was mit Finanzen und Bezahlen zu tun hat, gerade via Smartphone abgewickelt. Sei es jetzt einen Ankauf zu bezahlen oder einen Kredit abzuschließen. Und ich habe in deinem Artikel gelesen, alles, was man dafür braucht, ist eine Handynummer. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Das kann ich dir ganz genau sagen. Das habe ich nämlich am ersten Tag hier in Nairobi auch gemacht. Ich bin zu Safari gekommen. Das ist eine Vodafone-Tochter, also gehört halb Vodafone und halb dem kenianischen Staat. Das ist der größte Telekommunikationsanbieter hier im Land. Und da kann man dann hingehen. Das ist nämlich der Anbieter für M-Pesa. Das ist eine Kurzform M für Mobile und Pesa heißt einfach Geld in der Landessprache hier in Swahili. Und dann geht man da hin mit seinem Ausweis und dann macht man sich so ein M-Pesa-Konto. Und in meinem Fall halt auch eine SIM-Karte gekauft und eine Handynummer eingerichtet. Man muss eine kenianische Nummer haben. Aber das war's. Dann hat man ein M-Pesa-Konto und damit kann man eigentlich hier alles machen. Von der Stromrechnung übers Einkaufen. Ich kann Kredite aufnehmen. Ich kann Sparmaßnahmen einrichten. Und ein Bankkonto oder eine Kreditkarte hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ja spannend. Und wie kommt da quasi das Geld ursprünglich mal drauf, als du in diesen Laden gegangen bist? Ja, für mich ist das ein bisschen komplizierter, weil ich das nicht einfach überweisen kann von einem Konto oder wie auch immer. Für die meisten Menschen funktioniert das hier ganz einfach. Man hat Bargeld und geht damit zu den Stellen, an denen man M-Pesa einzahlen kann. Und das kann man hier tatsächlich auch sogar an ganz vielen Stellen am Kiosk an der Straße. Das heißt, man geht da hin, dann zeigt man wieder seinen Ausweis, nennt die Handynummer. Und eine Sekunde später habe ich das Geld auf meinem M-Pesa-Konto in der App. Das war's. Ach, das ist ja verrückt. Das heißt, das macht ja Banken eigentlich überflüssig, oder? Absolut. Der Unterschied zu vielen Ländern hier auf dem afrikanischen Kontinent oder im Vergleich zu Europa ist, dass es hier in ganz vielen Ländern dieses Bankensystem, was wir haben, quasi in jedem Ort eine Filiale. Ich meine, das ist ja auch nicht mehr so, aber das war ja früher so. Also, das gab's hier nie. Das heißt, Banken sind hier gar nicht verbreitet. Die Infrastruktur ist hier nicht so massiv ausgebaut. Natürlich gibt es ganz viele Banken. Das werden auch immer mehr. Aber 2007 wurde ja hier in Kenia zum Beispiel schon M-Pesa eingeführt. Und seitdem braucht man das halt auch nicht mehr. Also, wofür brauchen die Leute hier ein Bankkonto? Das braucht man nur, wenn man einen festen Arbeitgeber hat, der dann das Gehalt überweist. Aber in der Regel haben das hier ganz viele nicht. Ah, verstehe. Dann ist das da eher unüblich. Und im Bargeld würde es dann ja theoretisch irgendwann auch obsolet machen können, oder? In der Theorie liegst du da auf jeden Fall richtig. In der Praxis sieht das natürlich anders aus, weil es ist halt schon auch ein Thema, und das ist wahrscheinlich auch jedem bewusst, dass Safarikum das nicht aus der Güte seines Herzens tut, sondern auch ein M-Pesa ordentlich viel Geld verdient. Das kommt durch die Gebühren. Also, ungefähr so pro 1.000 Schilling muss man 13 Schilling Gebühren bezahlen. Und das heißt, für Leute, die nicht so viel Geld haben, ist das natürlich ein Betrag, den sie sich lieber sparen. Also wird hier in vielen Fällen wirklich auch immer noch Bargeld eingesetzt aus diesem Grund. Und deswegen ist Bargeld auch noch nicht verschwunden. Das hatte ich mich tatsächlich auch gefragt, weil das ja auch in Deutschland immer so ein Thema ist, wenn Läden keine Kartenzahlung oder so anbieten, oder keine digitale Zahlung, dass die Gebühren der Anbieter wie eben Mastercard oder Visa so teuer für sie sind. Also bei M-Pesa ist das dann eben ähnlich, verstehe. Wie kann das denn dann, oder ist das dann sehr belastend, eben auch für so die kleinen Händler auf der Straße? Bieten die das dann da auch an, M-Pesa? Die machen das tatsächlich trotzdem, weil die Penetration auf dem Markt ist so sehr hoch. Also Kenia hat 54 Millionen Einwohner, 50 Millionen davon nutzen M-Pesa. Das heißt, wenn man das nicht macht, dann hat man natürlich auch definitiv manchmal einen Nachteil. Von daher wird das hier selbst beim Bananenverkäufer an der Ecke angeboten, ja. Glaubst du, dass das auch eine Entwicklung sein könnte, die künftig auch in Industriestaaten wie Deutschland rüberschwappt? Also speziell dieses Mobile-Money-System würde ich eher nicht sagen. Ich habe auch mit ein paar Fintech-Experten hier vor Ort gesprochen. Das ist einfach nicht nötig. Wir haben ja ein so ausgereiftes System mit den Banken und bei uns funktioniert ja mittlerweile auch alles. Überweisungen, Echtzeit, du kannst deine Bank-App mit dem Netflix-Konto vernetzen, solche Dinge. Also es ist tatsächlich eigentlich keine Nische mehr da, um dieses Mobile-Payment auch in Europa groß zu machen. Aber das macht wirklich gar nichts, weil Afrika ist ein riesiger Kontinent und hier sind immer noch 90 Prozent der Zahlungen werden mit Bargeld getätigt. Und ich glaube, knapp 80 Prozent der Leute weltweit und ein ganz, ganz großer Teil, 60 oder 70 müssen es sein, auch in Afrika, sind immer noch nicht bei einer Bank oder haben nur begrenzten Zugang zu dem finanziellen Ökosystem. Das heißt, hier ist noch ein ganz, ganz großer Markt nach oben, obwohl hier schon über hunderte Millionen Menschen Mobile-Money nutzen, haben noch ganz, ganz viele das Potenzial. Ist denn da auch der Netzausbau so gut, dass da auch alle eben immer diesen Zugang dann über das mobile Netz und sowas haben? Also für M-Pay-Sail braucht es zum Beispiel kein Internet. Das läuft ja über das Telekommunikationsnetz und das ist hier sehr gut ausgebaut auf jeden Fall. Du hast gerade schon den Wachstumsmarkt angesprochen und du hast ja auch mit mehreren Experten gesprochen, die sagen, dass dieser globale Fintech-Boom ja erst am Anfang steht, insbesondere auch für Afrika. Wie hoch wird denn da das Potenzial für Smartphone-Banking weltweit gesehen und wo wären noch andere große Wachstumsmärkte außerhalb von Afrika? Also der größte Markt auf jeden Fall für Mobile-Money ist in Asien und wird auch in Asien entstehen. Das heißt, in Ländern wie China, Indien und so weiter, da ist das ähnlich wie in Afrika. Das System ist einfach noch nicht so ausgereift. Die Infrastruktur ist noch nicht an jeder Stelle so dicht, sage ich jetzt mal, wie in Europa. Und da sehen auf jeden Fall Experten den größten Markt. Am schnellsten wachsen wird der afrikanische Markt, aber der größte Markt wird definitiv in Asien sein. Jetzt hast du gerade schon gesagt, der Markt, der am schnellsten wächst, ist Afrika und dort ist ja tatsächlich keine Branche erfolgreicher als diese Fintech-Branche. Hat die Szene auch schon große Einhörner hervorgebracht? Also Startups, die eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar haben? Und wenn ja, welche sind das? Ja, tatsächlich, genau. Also Fintech ist hier definitiv ganz weit oben. Das sieht man tatsächlich auch an den Einhörnern. Es gibt sieben insgesamt aktuell auf dem afrikanischen Kontinent. Sechs davon sind Fintechs. Und das sind zum Beispiel InterSwitch und Flutterwave oder Opay aus Nigeria. Nigeria ist einer der zentralen Punkte für die Startup-Branche hier auf dem Kontinent. Wave ist aus Senegal. Chipper Cash ist aus Ghana. Da steckt auch Jeff Bezos mit seinem privaten Investmentfonds drin. Und MNT Halan ist auch noch ein sehr großer Anbieter. Der kommt aus Ägypten. Also daran sieht man, glaube ich, ganz gut, dass das relativ dominierend hier ist. Und die werden auch immer weiter ausgebaut. Das heißt, diese Apps machen auch immer mehr Innovationen noch zusätzlich zum Mobile Money da rein. Man kann jetzt auch, wie gesagt, Kredite seit ein paar Jahren über SMS buchen, was ja überhaupt nicht vorstellbar ist in Deutschland. Überhaupt nicht. Und man kann Versicherungen abschließen. Und ich habe heute mit einer Gründerin aus Kenia gesprochen, die auch Investments möglich macht. Das heißt, ich kann dann investieren in S&P 500 über mein Handy. Ohne Bankkonto. Also ich kann dann M-Pesa in mein Investmentkonto überweisen. Und das Gute ist, dass ich das auch global tun kann. Also wenn ich jetzt meine kenianische Nummer behalte und in Deutschland sitze, kann ich trotzdem jemanden hier oder in einem anderen Land, der M-Pesa hat, M-Pesa schicken. Das funktioniert überall. Das ist ja spannend. Flutterwave ist ja auch ein Unternehmen, das jetzt auch immer mehr in andere Märkte geht, oder? Genau. Flutterwave ist aus Nigeria und ziemlich groß mittlerweile. Die Bewertung steht aktuell bei über drei Milliarden. Und das ist aber nicht nur dieses M-Pesa-System, sondern hier hat man eher das System genutzt, zu sagen, wir ermöglichen Zahlungen über Ländergrenzen und über Kontinentgrenzen hinweg. Das Problem ist nämlich, bis vor ein paar Jahren, dass es sehr schwierig war, größere Geldmengen nach Afrika oder aus Afrika heraus zu überweisen, weil es einfach kompliziert ist. Also eine Gründerin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie, wenn sie jetzt Investitionen einsammelt bei Geldgebern in den USA, dann braucht sie drei Banken in den USA und in Kenia und zwei Tage, um dieses Geld nach Kenia zurückzubringen, sozusagen. Und Flutterwave macht das überflüssig. In Flutterwave ermöglicht halt Überweisungen in Echtzeit. Die arbeiten eng mit Payball zusammen. Das war ein großer, großer Punkt, der denen dabei hilft. Und die haben gerade erst nach Indien expandiert, um auch diese interkontinentalen Überweisungen leichter zu machen, weil man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich in manchen Fällen für manche Länder immer noch recht schwierig. Ja, ich habe das ja auch, oder man könnte das ja vielleicht auch in Europa schon ein bisschen beobachten. Da hat es ja auch länger gedauert, bis man mal irgendwie über Paypal sich unkompliziert Geld hin und her schicken konnte. Und dann ist es natürlich über Kontinente hinweg auch nochmal deutlich schwieriger. Vielen Dank für deinen Einblick, Katrin. Das war super spannend. Und ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Zeit in Nairobi. Dankeschön. So, und das war es auch schon wieder für heute. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann geben Sie uns doch gern Feedback. Und bei Spotify, Apple und Co. eine Fünf-Sterne-Bewertung. Da freuen wir uns immer sehr. Natürlich sind wir auch immer offen für Fragen, Wünsche und Co. Wie immer gern per Mail an today at handelsblatt.com. Oder Sie können mir auch gern selber schreiben, bei Instagram oder LinkedIn oder per Mail. Mein Name ist Solvay Gode. Redaktionsschluss für diese Episode war 16 Uhr. Produzent dieser Folge ist Christian Heinemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Obwohl künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung unserer Arbeitswelt revolutionieren, stehen wir am Industriestandort Deutschland vor großen Herausforderungen. Hohe Steuern, Energiekosten, Arbeitskosten, fehlende Fachkräfte, die komplexe Bürokratie. All diese Faktoren belasten unsere Industrie. Auf dem Handelsblatt Industriegipfel am 12. und 13. Dezember in Berlin zeigen wir mit unserem Gastgeber Siemens konkrete Lösungen für Ihr Unternehmen auf. Seien Sie dabei. Mit dem Code INDUSTRIE24 erhalten Sie 15% Rabatt auf handelsblatt-industriegipfel.de.